Es sind Stücke wie die von Johanna Havroth, die den Trend am deutlichsten repräsentieren hier in Düsseldorf auf der Fashion Order Show The Gallery. Händler und deren Einkäufer kommen und schauen. Es gilt den Geschmack der Damen in circa einem Jahr vorher zu ahnen. Gut, dass es von Experten schon in diesem Winter Ratschläge gibt. Eigentlich ist es ja im Winter immer sehr schwarz, aber nachdem es ein paar Saisons so ein bisschen verschwunden ist und so ein bisschen durch diese dunklen Herbstfarben ersetzt worden ist, die ja so miteinander kombiniert worden sind, gibt es jetzt schwarz wieder in allen Variationen, in allen Stoffschattierungen und ja, schwarz ist allgegenwärtig. So nüchtern die Ausstellung, so taff das Geschäft, weiß auch Maite Lijo vom Label Sara Pacini. Inzwischen wollen Einkäufer Reisekosten oft vermeiden, also brauchen Aussteller Order-Plattformen nicht mehr nur an einem Platz. Sara Pacini stellt auf der The Gallery in Berlin und in Düsseldorf aus und vermisst auch die Modenschauen von früher nicht wirklich. Ich bin nicht überzeugt, dass die Verpflichtung besteht, eine Catwalk-Show unbedingt veranstalten zu müssen. Das Wichtigste ist, dass man den Leuten hier eine Offenheit gestattet und dass man immer präsent ist, um neue Kontakte zu knüpfen. Das ist das Wichtigste. Sehr international sind die Aussteller, aber auch aus dem schönen Aachen kommen Modelabels nach Düsseldorf, um ihre Stücke an den Mann oder besser die Frau zu bringen. Und liebe Ladies, im Moment mag es vielleicht wärmer werden, aber der nächste Winter kommt bestimmt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017